Herzlich Willkommen beim Podcast von MECK, dem Museum für Energiegeschichten. Werner von Siemens, frühe Jahre. Werner von Siemens, Kindheit. Mitten im Kahlenberger Land, wenige Kilometer westwärts von Hannover, liegt das Dorf Lente. Hier erblickte am 13. Dezember 1816 mit Werner Siemens ab 1888 von Siemens, einer der bedeutendsten Erfinderunternehmer des 19. Jahrhunderts, das Licht der Welt. Werner von Siemens war das vierte von insgesamt 14 Kindern aus der Ehe zwischen Christian Ferdinand Siemens und Eleonore Henriette Deichmann. Beide Elternteile entstammten der Schicht der Gutspächter. Siemens' Großvater väterlicherseits hatte das Rittergut Wasserleben und das Gutschauen im Harzvorland entpacht. Siemens' Mutter entstammte aus der Nähe von Neustadt am Rübenberge. Dort bewirtschaftete ihr Vater das Gut Pockenhagen. Dorthin hatte sich auch Siemens' Vater begeben, um die Landwirtschaft praktisch zu erlernen. Er verliebte sich prompt in die älteste Tochter seines Lehrherren. So heirateten Christian Ferdinand Siemens und Eleonore Henriette Deichmann am 11. Juni 1812. Wie schon der Vater und der Schwiegervater betätigte sich auch Christian Ferdinand Siemens als Gutspächter. Er nahm 1813 das ca. 10 Kilometer westlich von Hannover gelegene Obergut in Lente in Pacht. Dort geriet Siemens' Vater mehrfach mit der hannoverischen Bürokratie aneinander. Infolge wiederholter Streitigkeiten mit dem königlich-hannoverischen Amt Linden und aus wirtschaftlicher Not heraus zog die Familie Siemens in das Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz. Hier pachtete Siemens' Vater ab 1823 das Domänen-Gut Menzendorf. Bis 1832 verlebte Werner von Siemens hier seine weiteren Kinder- und Jugendjahre. Werner von Siemens erinnerte sich in seinen 1892 erstmals erschienenen Lebenserinnerungen noch an folgende Begebenheit aus seinen Kindertagen in Lente. Das Obergut Lente liegt an einem bewaldeten Bergrücken, dem Benter Berge, der mit dem ausgedehnten Deistergebirge in Zusammenhang steht. Die Hirsche und Wildschweine, die für die prinzlichen Jagden geschont wurden und ihrer Unverletzlichkeit sicher waren, besuchten in großen Scharen die Lenterfluren mit besonderer Vorliebe. Wenn auch die ganze Dorfschaft bemüht war, durch eine nächtliche Wächterkette die Saaten zu schützen, so vernichtete das in Masse hervorbrechende Wild doch oft in wenigen Stunden die auf die Arbeit eines ganzen Jahres gebauten Hoffnung. Während eines strengen Winters, als Wald und Feld dem Wild nicht hinlänglich Nahrung boten, suchte es diese oft in ganzen Rudeln in den Dörfern selbst. Eines Morgens meldete der Hofmeister meinem Vater, es sei ein Rudelhirsche auf dem Hofe, man habe das Tor geschlossen, und er frage an, was mit den Tieren geschehen solle. Mein Vater ließ sie in einen Stall treiben und schickte einen Expressenboten an das königliche Oberhofjägeramt in Hannover mit der Anzeige des Geschehenen und der Anfrage, ob er ihm die Hirsche vielleicht nach Hannover schicken solle. Das sollte ihm aber schlecht bekommen. Es dauerte nicht lange, so erschien eine große Untersuchungskommission, welche die Hirsche in Freiheit setzte und während einer mehrtägigen Kriminaluntersuchung das Faktum feststellte, dass den Hirschen Zwang angetan sei, als man sie wieder ihren Willen in den Stall trieb. Mein Vater musste sich noch glücklich schätzen, mit einer schweren Geldstrafe davonzukommen. Siemens Erinnerungen an Lente Der Gänserich Mit Siemens früher Kindheit im Kahlenberger Land verbindet sich auch eine erste Heldentat, die nachhaltig auf den späteren Erfinderunternehmer wirken sollte. Meine früheste Jugenderinnerung ist eine kleine Heldentat, die sich vielleicht deswegen auf meinen Gedächtnisse so fest einprägte, weil sie einen bleibenden Einfluss auf die Entwicklung meines Charakters ausgeübt hat. Meine Eltern lebten bis zu meinem achten Lebensjahre in meinem Geburtsorte Lente bei Hannover, wo mein Vater das einem Herrn von Lente gehörige Obergut gepachtet hatte. Ich muss etwa fünf Jahre alt gewesen sein und spielte eines Tages im Zimmer meines Vaters, als meine drei Jahre ältere Schwester Mathilde lautweinend von der Mutter ins Zimmer geführt wurde. Sie sollte ins Fahrhaus zu ihrer Strickstunde gehen, klagte aber, dass ein gefährlicher Gänserich ihr immer den Eintritt in den Fahrhof wäre und sie schon wiederholt gebissen habe. Sie weigerte sich daher entschieden, trotz allen Zuredens der Mutter, ohne Begleitung in ihre Unterrichtsstunde zu gehen. Auch meinem Vater gelang es nicht, ihren Sinn zu ändern. Da gab er mir seinen Stock, der ansehnlich größer war als ich selbst, und sagte, dann soll dich Werner hinbringen, der hoffentlich mehr Courage hat wie du. Mir hat das wohl zuerst etwas bedenklich geschienen, denn mein Vater gab mir die Lehre mit auf den Weg, Wenn der Ganter kommt, so geh ihm nur mutig entgegen und haue ihn tüchtig mit dem Stock, dann wird er schon fortlaufen. Und so geschah es. Als wir das Hoftor öffneten, kam uns richtig der Gänserich mit hoch aufgerichtetem Halse und schrecklichem Zischen entgegen. Meine Schwester kehrte schreiend um, und ich hatte die größte Lust, ihr zu folgen, doch ich traute dem väterlichen Rate und ging dem Ungeheuer, zwar mit geschlossenen Augen, aber tapfer mit dem Stocke um mich schlagend, entgegen. Und siehe, jetzt bekam der Gänserich Furcht und zog sich laut schnatternd in den Haufen der auch davonlaufenden Gänse zurück. Es ist merkwürdig, welch tiefen, dauernden Eindruck dieser erste Sieg auf mein kindliches Gemüt gemacht hat. Noch jetzt, nach fast 70 Jahren, stehen alle Personen und Umgebungen, die mit diesem wichtigen Ereignisse verknüpft waren, mir klar vor Augen. An dasselbe knüpft sich die einzige, mir gebliebene Erinnerung an das Aussehen meiner Eltern in ihren jüngeren Jahren. Und unzählige Male hat mich in späteren schwierigen Lebenslagen der Sieg über den Gänserich unbewusst dazu angespannt, drohenden Gefahren nicht auszuweichen, sondern sie durch mutiges Entgegentreten zu bekämpfen. Werner von Siemens, Werdegang bis 1849 Mit der Schulzeit brach ein neuer Lebensabschnitt für Werner von Siemens an. Zwischen 1828 und 1829 besuchte er die Bürgerschule in Schönberg. Diese Schule musste er verlassen, weil sein Vater sowohl den Lehrkörper als auch die Unterrichtsmethoden kritisierte. Es folgten die Unterrichtung durch einen Hauslehrer sowie zwischen 1832 und 1834 der Besuch des renommierten Lübecker Gymnasiums Katharinum. Dort glänzte der junge Siemens vor allem im Fach Mathematik. Mit der Primarreife verließ Siemens im Alter von 17 Jahren das Gymnasium. Sein weiterer Lebensweg führte ihn 1834 nach Preußen. Hier schlug Siemens, nachdem er auch einen Besuch der Berliner Bauakademie erwogen hatte, letztendlich die Offizierslaufbahn ein. Im Jahr 1834 trat Werner von Siemens in Magdeburg als Offiziersanwärter in die 3. Artilleriebrigade ein. Zwischen 1835 und 1838 wurde Siemens nach Berlin abkommandiert. Hier besuchte er die königliche Artillerie- und Ingenieursschule. Zu Siemens-Lehrern gehörten der Mathematiker Martin Ohm, der Physiker Gustav Heinrich Magnus sowie der Chemiker Karl Gottlieb Heinrich Erdmann. In die bereits vorangeschrittene Militärzeit fällt auch Siemens erste bedeutende technische Erfindung, die sogenannte Galvanoplastik. Dank dieses 1842 patentierten Verfahrens konnten metallische Oberflächen vergoldet oder versilbert werden. Zuletzt als technischer Leiter der preußischen Staatstelegrafie eingesetzt, quittierte Werner von Siemens am 12. Juni 1849 im Rang eines Premierleutnants seinen Militärdienst. Er widmete sich fortan ausschließlich seinen wissenschaftlichen und unternehmerischen Aktivitäten. Siemens Erinnerungen an das Jahr 1834 Der Grenzübertritt nach Preußen An seinen Abschied aus Mecklenburg im Jahr 1834 und seinem Grenzübertritt nach Preußen erinnerte sich Werner von Siemens im Hohen Alter wie folgt. Nachdem ich die preußische Grenze überschritten hatte und nun auf geradliniger, staubiger Chaussee durch eine baumlose und unfruchtbare Sandebene fortwanderte, überkam mich doch das Gefühl einer großen Vereinsamung, welches durch den traurigen Kontrast der Landschaft mit meiner Heimat noch verstärkt wurde. Vor meiner Abreise war eine Deputation der angesehensten Bauern des Ortes bei meinem Vater erschienen, um ihn zu bitten, mich, der doch so ein guter Junge wäre, nicht nach dem Hungerlande Preußen zu schicken. Ich fände ja zu Hause genug zu essen. Das war der Podcast von Meck, dem Museum für Energiegeschichten. Besuchen Sie uns auch auf energiegeschichte.de und dem Museum für Energiegeschichten. Das war der Podcast von Meck, Abschritte, der limite, Abschritte,